Jetzt ruckelt sich das Telefon noch schlimmer und Wolf, das ist okay, ich verstehe, ich habe auch ungefähr so eine Idee, was das Problem ist, du hast nur noch 67 Akku Prozent, so schnell ist der Akku leer, 67 Akku Prozent, das heißt, wenn du 67 Prozent auf dem Akku hast, dann wird bei dir nämlich die Power ein bisschen runter geregelt, dann geht das in den Energiesparmodus und dann wird das ein wenig langsamer, so jetzt gucken wir gleich nochmal, also wenn mich jemand adden will, ihr seht den Namen hier, und gleich haben wir den Juli auch dabei, wir können uns, das ist aber keine Kreativwelt, wir können uns weiterhin nochmal angucken in der Zeit, was es noch so für Mashup Pakete gibt, ja, ich kann also mir anziehen, griechisches Mashup Paket, da haben wir ein paar Skins, wie gesagt, ich kann die auch verlosen, wenn jemand einen haben möchte, der Videos 10 hat, ich gebe auch gerne einen Code dafür raus, wir haben ein Magic the Gathering, auch schön, also mir gefällt diese Elfe hier, guck mal, wo ist denn die, hier, die, der Bogen, die Bogenschütze, der, der Bogenschütze, der finde ich eigentlich ziemlich cool, guck mal, ist das nicht ein ziemlich cooler Skin? Nee, ich glaube, der hat eine Alten aber weggemacht. Och, den habe ich noch oben, ich habe die doch alle hier, die sind Power Rangers, guck mal das an. Hey, guck mal da, der hat einen Tronken-Gesicht. Guck mal, hier ist ein Fremde, Biomsiedler, ich weiß gar nicht, warum ich das, oh, hä, du hast ja recht. Wo ist das her, hab, weiß ich gar nicht. Warum ist die auch, hab, das ist mir ein Rätsel, guck mal hier, wie hässlich der aussieht, wa? Das ist ja, pfui Teufel. Hier ist ja auch so eine Fleischwand. Dann haben wir hier unten noch Lagerfeuer-Geschichten, den Code habe ich nicht, aber guck mal, auch hier eine Hexe. Das ist normal, Biomsiedler-Paket 2, hier haben wir das Story-Mode, Minecraft Story-Mode, was wir übrigens auch weiterspielen könnten, wenn wir wollten. Weihnachten, Halloween, Großstadt und Kleinstadt. Also wir könnten ja mal, welcher Skin ist ein schön, Lagerfeuer-Mesh-Up. Power Rangers wäre auch nicht schlecht. Hier, guck mal, das sind die... Das war dann König, zwei König. Genau, Königin, Königin. Dann haben wir hier Mesh-Up Fallout, das habe ich auch dazu bekommen. So ein Mesh-Up-Paket hat einen Wert von 5 Euro, wa? Und ich habe das verlost und einer hat das bekommen, der die Android-Version zockt. Das ist ja, das ist sowas von super. Ärgerlich, das ärgert mich immer noch ein bisschen, aber na gut. Ich nehme jetzt mal den hier, der gefällt mir. Und jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt dich finde. Freunde? Nö. Du kannst dich einladen. Irgendwas stimmt hier bei dir nicht. Du hast das Fehlernetzes wieder aus bei dir. Stimmt nicht. Dann ist das andere, was wir noch machen können, weil mir der nicht gefällt. Dann könnten wir noch... Dann können wir nur noch... Okay. Wir machen mal was anderes. Äh, da das jetzt so nicht geht, ja. Du kannst jetzt nochmal gucken, ob das noch was wird. Wir könnten mal zu Raya-Tee da zocken. Wir können mal folgendes machen. Ich mache mal das hier auch mal aus. Nicola Gunder hat mich auch hinzugefügt. Machen wir es auch. Nicola Gunder hinzu. Sechskanten-Nuss. Haben wir gerade schon gemacht, denke ich. Ja. Und Quarianer. Haben wir ein Zugegefühl. Können wir also zusammen Minecraft spielen. Das ist nicht das Problem. Jetzt ist es natürlich gerade dunkel geworden. Jetzt machen wir das Bild hier wieder an. Jetzt mal live. Ähm... Jetzt gucken wir mal hier oben. Phoenix hat also auch geschrieben. Äh, bei Twitch. Versuch mal zwei. Hast du jetzt? Bei Twitch habe ich es gesehen. Mr. Brille hat auch geschrieben bei Twitch. Und... Okay. Kannst du ein TP verlosen? Ich kann einen Code verlosen. Ein Texturen-Paket. Und zwar habe ich noch was übrig. Aber nur an Leute, die Windows 10 Edition spielen. Nicola hat mich gerade geschoben. Hab ich gesehen. Guck mal hier. Ach, tatsache. Es wurden 35 Abonnenten. Auch ein Abonnent dazu gekommen. Auch danke dafür. Jetzt müsste hier oben... Guck mal. Seht ihr das hier oben im Bild? Seht ihr dann eigentlich fast immer. Der letzte, der dazu gekommen ist, ist Phoenix. Davor hatten wir Wegtune und Remaker. Jetzt starte ich mal was. Jetzt probiere ich mal was aus. Ich starte jetzt mal. Das mache ich mal weg. Ich mache jetzt mal... Genau. Ich mache jetzt mal Mirroring an. Meine... Achso, die habe ich ja hier schon. Die App. Meine Mirroring App. Und mit meiner Mirroring App und mit meinem Tablet... Jetzt versuchen wir mal da was. Jetzt versuchen wir da mal was. Ich gucke mal, ob Ditte jetzt funzt. Ich starte das Tablet. Ich habe da letztens ein bisschen rumprobiert, dass das nicht mehr so ganz so stark ruckelt. Und jetzt... Dann können wir nämlich auch mal... C.U.M. Call of Mini Infinity. Können wir auch mal zacken. Clash of Clans Pro Evolution Dors 2017. Wenn das alles geht, die Qualität erwartet es nicht zu viel. Okay. Italy Boy, dann könnt ihr heute Abend spielen. Also wenn ihr... Schreibt es ruhig rein. Wenn ihr Windows 10, Minecraft Pocket Edition Windows 10 habt, haue ich euch einen Code raus. Dann kriegt ihr von mir einen Code. Ich habe noch ein paar. Mobile Legends auch noch. Ein Code ist immer was... Ich würde mal sagen, kann ich jetzt schwer erklären. Ich mache jetzt mal eben Folgendes. Ich gehe jetzt hier rein. Mirroring 360 Sender. Und jetzt haue ich mal das Tablet hier da auf den Rechner. Und zwar, pass auf. Root-Rechte kriegt das System. Und jetzt schauen wir mal, ob wir... Warte mal, ob wir das hinkriegen. Mirroring Assistant. Und zwar... Machen wir jetzt mal... Wir senden. Ich haue jetzt die Code-ID hier oben rein. 253794. Ich hoffe, das passt. Und 181. Das müsste eigentlich gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Das müsste eigentlich im Netz suchen nach einem entsprechenden Empfänger. Dann muss ich das in meiner Firewall zulassen. Und dann geht's los. Tatsächlich. Und jetzt schalten wir hier mal um. Pass mal auf. Spiele. Und jetzt ist der Twitch-Chat nicht da. Jetzt packt er... Jetzt da ist es. Ich wollte gerade sagen, es packt er mir das nicht rein. Hätte mich auch nicht gewundert, muss ich zugeben. Oh, guck mal hier. Es ist aber zu groß. Ich muss es kleiner machen. Was ist denn da passiert? So. Ein kleines wenig zu groß. Ein bisschen in die Mitte. Müsste passen, so. Okay. Ihr seht ja also hier mein Tablet. Ich hoffe... Oh, geht nicht. Doch. Ruckelt das wieder zu sehr? Es ruckelt. Ruckelt das auch im Video so stark? Sagt mir mal, ob das dolle ruckelt. Das kann weggemacht werden. Ich habe eigentlich schon die Qualität runtergesetzt. Es durfte nicht zu sehr ruckeln. Ich bin gespannt. Ey, wer streitet sich hier? Robin hat Windows 10. Okay, Robin kann also einen Code von mir haben. Enderstar schreibt, hallo. Hallo, hallo, Enderstar. Aber Enderstar wirklich beleidigen ist nicht. Halten wir uns mal schön zurück. Wir gucken jetzt mal... Ich starte jetzt mal, um zu testen, ob es funktioniert. Terraria auf dem Tablet. Und wir gucken jetzt mal. Ein kleines bisschen verzögert. Kommt es natürlich. Checken wir das mal. Da oben sehen wir also jetzt. Neu bei YouTube ist Phoenix gekommen. Neu bei Twitch ist auch Phoenix gekommen. Sagt mir mal, ob das jetzt wirklich... Die Qualität wird wahrscheinlich ein bisschen gesunken sein. Nicht zu stark sein. Aber wir checken mal. Ich hau einfach mal mich hier rein. Und dann wollen wir da mal gucken. Schau mal. Siehst du... Ah, jetzt tockst du Minecraft. Siehst du mich bei Terraria? Na gut, ich versuch mal. Guck mal, ob du mich siehst. Ich gucke mal, wie es hier ankommt. Ach so, jetzt müsste ich hier rein. Tögerlich hier sehen. Ey, du bist ein Werwolf. Ich bin, weil die Nacht ist. Ich gucke mal. Verzögert ist es. Und ruckelt es auch. Ach guck mal, das ist ja schon mal locker um 20 Minuten verzögert hier. Die Krankenschwester ist auch gleich mal verendet. Und guck mal, da kommt nichts. Das bleibt einfach stehen. Na, es ruckelt ey. Okay. Also es geht schon mal nicht. Können wir uns also klemmen. Das war es schon. Ich bin Ruhe. Auf dir. Bei dir komm ich raus. Ja. Du bist jetzt drin im Spiel, ne? Aber das ruckelt wie die Hölle. Stimmt's? Das ist also auch nichts wert hier. Das geht gar nicht. Wollen wir mal gucken, ob das gerade besser wird mal ein bisschen. Pass mal auf, Papa. Aber wieso ruckelt denn das ist? Hier irgendwo ein Gegner ist. Ich kotze so ab. Ich habe das letztens alles eingestellt. Ja. Wenn das hier irgendwo ein Gegner versteckt, schießt es hier einfach einen Ball ab und der weiß schon genau, wo der Gegner ist. Ja, das ist so. Dann tut der das immer ein Gegner aus. Das freut mich richtig sehr. Aber was mich nicht freut, ist, dass das hier überhaupt nicht geht. Guck mal an. Das überträgt gar kein Bild. Dabei habe ich letztens eingestellt, dass die Qualität des Sentences super... Warte mal, ich gehe nochmal kurz raus. Ja, warum das? Vielleicht habe ich es auch nur auf dem Handy eingestellt. Das kann hier auch sein. Ich habe ja, ich probiere ja immer an beiden Sachen rum. Also man muss ja dazu sagen, also an irgendwas muss es ja hängen. Und hier hängt ständig irgendwas. Irgendwas hängt hier immer. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Einstellungen, Settings. Das ist natürlich total für... Achso. Qualität runternehmen. So. Gut. Und dann machen wir einfach mal nur 720p. Ist mir jetzt auch wurscht. So, dann hauen wir es nochmal raus. Dann muss ich es aber eventuell nochmal beenden. Stop Mirroring. Und nochmal starten. Also PC Steam ist besser. Ja, ich weiß. Ich verstehe das ja schon, Robin. Ich verstehe das ja. Ich verstehe das. Lose aus. Aber ich will doch was probieren hier. Minimize das Screen. Geh weg jetzt. Ey, bleib doch mal. Wieso bleibt ihr alle nicht mal ruhig? Entspannt. Ja, schmeiß es einfach runter. Das wäre noch besser. So, jetzt Play Music kann weg. Das auch jetzt nochmal. Jetzt checken wir es nochmal. Kommt ja eigentlich das Bild. Letzte Aktivität. Guck mal hier. Kannst du erst mal erzählen, ey. Hör doch mal auf. Nerv nicht. Nerv nicht. Wir wollen noch Call of Minity spielen. Jetzt ist es ganz ausgegangen. Weil du genervt hast. Die ist jetzt gar nicht mehr. Ja du, das ist von ganz allein so geworden. Das ist gar nicht von ganz allein. Das ist so geworden, weil du das Programm geärgert hast. Ja, hab ich gar nicht. Hast du. 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 nochmal runternehmen kann man hier noch was tun display also so was ist denn eigentlich bei sowas ein frame mode das ist ein rahmen modus nicht general überholt 27 p jetzt ruckelt es zwar immer noch aber man bewegt sich überhaupt erst mal das ist natürlich keine superqualität aber das würde reichen um jetzt zum beispiel clash of clans einfach mal anzuwerfen und sich bei clash of clans anzuschauen das ist nur doof wenn man davon keine ahnung hat es leckt also wir wissen jetzt ihr müsst mir also eine elgato sponsoren das ist mal das erste und dann heißt das aber auch wir können jetzt streamen nur wenn wir etwas vom rechner zocken weil das keinen sinn hat so ja also das hat alles überhaupt gar keinen sinn die kann das ist alles mies die qualität ist ein witz spiel doch mit bluestacks app player was ist denn das erzähl mal ach so das habe ich tatsächlich probiert bluestacks bluestacks app player schafft der laptop auch nicht ich weiß nicht woran das liegt bluestacks app player schafft er nicht habe ich versucht das war mein plan wenn wir jetzt den boss raus vor wenn wir jetzt ist eigentlich jetzt noch nacht wenn wir jetzt hier den boss raus vorne wirst du gleich sehen dass die zuschauer die totale krise kriegen das hat man hier eigentlich ein frostmode ist gerade ein bisschen hart zerstörer nehmen wir einfach mal das ist ja alles viel zu voll alles gespart sicher alles habe ich weiß gar nicht was es damit soll so richtig ach so wir können mal denn was wir gehen mal den grund im beschwung ich würde ich fliege mal rüber und schon mal den grund und da wirst du sehen dass die zuschauer deine schnauze sofort voll haben die nase meine ich natürlich nase voll haben weil das eine totale leggy party wird hier guck mal ich bin jetzt schon in der arena und das wird aber erst rüber gesendet ich sei noch in der kiste drin so wenn ich jetzt hier hingehe und beschwöre und wir dauerhaft angreifen wollen da kotzen natürlich alle ab die sich das anschauen wollen weil man überhaupt nichts erkennen kann tatsächlich ja also bluestacks app player hat mein rechner nicht geschafft da ging nichts ruckel frei ich habe versucht crash arena turbo cats da zum spielen um euch und mit euch zusammen auch das mal zu spielen oder euch das mal vorzustellen da ging gar nichts das war eine vollkommene katastrophe war das also gut so dann haben wir uns jetzt mal